Wo können wir wieder nur saufen? Ich dachte, wer den Namen hat, können wir mit dem quatschen. Was? Was? Ich hab mich gespeichert. Ach, Gott. Was ist los? Ja, nachdem das wieder solche war, hm, wahrscheinlich eher nicht. Ja gut, wir hatten aber auch nur ein Glas. Und wo sind wir jetzt? Ist die wieder betrunken? Nee, es dreht sich nichts. Alles gut, alles gut. Hm, das klingt sehr deprimiert. Ich muss da wieder zurück, glaube ich. Außerdem möchte ich gerne mit dem Typen ein, zwei Worte wechseln. Ihn fragen, was denn sein Problem war, warum er mich aus dem Weg haben wollte. Die, ich weiß gar nicht, was die hier machen. Müllkram? Vor sich hinspielen? Die, oder er sieht tot aus? Das flackernde Licht macht mich bekloppt. Hier sind so viele Leute. So. Hallo, Mister. Do I know you? No, no, you humans all look the same. Here, have a drink on the house. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? Hey, I'll leave your court for the fortune. Mhm. Yay. Wir haben ihn, äh, beseitigt, ohne Karma-Punkte einzubischen. Oh, wir können tanzen. Yay! Ich wollte schon immer mal tanzen. Ja. Show me your dance moves. Oder auch nicht. Das war's schon. Wow. Das war jetzt nicht so pralle. Und das wollte ich mir auch mal angucken. Schön, wie die anderen einfach dahinter stehen und zugucken, wie ich der zugucke. Ja. Mhm. Schlagende Argumente. Ich finde es schön, wo die Augen fokussiert sind. Gott. Trinkgeld. Warum nicht? Wir haben so viele Credits. Sie hat mir zugezwinkert. Und gehen. Bye, bye. Das war Ihnen eine sehr angenehme Show. Wo ist denn dieser Typ? Wo komme ich denn da hin? Ich hoffe, der ist ja jetzt... Nach unten, hatte sie gesagt. Also... Oder er. Der Typ. Ah, Patriarch. Hallo. Ich bin der Typ. Patriarch. Arias Patriarch. What do you want? Ähm... Vielleicht können wir ja erstmal mit ihm reden, bevor wir ihn rausschicken. What do you know about Arya? A few centuries ago... Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the Arya was my son. The rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We toured this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones of my body and left me alive. Wow. Er scheint sehr glücklich darüber zu sein. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, he was stronger. Das scheint sehr effektiv zu sein. Rumor has it, some people want you dead. Know anything about that? Oh, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. Few floors you can dig up to find bodies underneath. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see. Not for me. It doesn't matter enough anymore to have enemies of my own. It's all right. Why do they call you patriarchs? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little junk. After she took me down. She let me live. She kept me around as an advisor and a trophy. Hmm, he can't fight. Hm, mir tut mir da wirklich ein bisschen neid. Sie müssen hier raus. Ähm, ihr Waffenarm. Ach, damit er sich beweisen kann. Ja, das ist doch mal so nett. Wow. Die Übersetzung war jetzt mal ganz anders als das, was er gesagt hat. Nee, 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 nee. Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt, äh, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ich muss mal eben nachgucken. Schläger finden. Schläger im Afterlife oder eine direkte Umgebung finden. Direkte Umgebung. Ich weiß nicht, wie, ähm, weit gefächert die Definition von direkte Umgebung ist. Ja, ja, hafte meckern. Äh, so in dem Afterlife hab ich jetzt nichts gefunden. Wir gucken mal da um. Äh, nö. Ah gut, das gehört ja auch noch zum Afterlife hier. Wahrscheinlich hätte ich zur anderen Seite rennen sollen. So, im Nachhinein scheint das logischer. Aber das gehört ja auch nur zum Afterlife, deswegen dachte ich, hm. Weißt du? Weißt du Bescheid? Jetzt können wir ja auch andersrum rennen, oder? Ja. Alter. Äh. Okay, nee, ich renne den Weg nochmal zurück. Bevor ich mich da gleich verlaufe. To lower level. Achso. Ja, ja, ja. Hallo. Dass die nur 10 Sekunden rennen kann, oder sowas. Hat die Welt das ganze Universum gerettet vor Saren und kann die länger als 10 Sekunden am Stück laufen? Mein Gott. Auf mir von deinem dämlichen Schiff zu erzählen, ganz ehrlich. Der Witz ist uralt. Ups. Oh, noch die falsche Richtung. Hm. Oh. Ich möchte nichts. Dankeschön. Ja, kein Problem. Ich geb mir Mühe. Das war so klar. Was genau hat es jetzt gebracht, dass ich den Leuten vorher gesagt habe, der hat einen Krant, und dann bringe ich sie um, und die können es gar nicht weiterberichten? Das hilft ja seinem Ansehen jetzt nicht. Außer er erzählt es, aber dann kann er ja viel erzählen. Ja, wir wollen es nicht gleich übertreiben. Du, ich möchte hier nicht hausen und das Jense leiten. Ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin. Äh, bin ein Freund von Gesetzen und festen Regeln und so. Da kann es bei mir echt Punkte machen. Ich bin immer zwischendurch leiser, weil ich die Nachrichten damit verfolgen möchte. Shahira. Guckt mir so bekannt vor, der Name. Ja, das war so. Äh, das war so. Äh, das war so. Das ist ja sehr, sehr nett. Kann ich dazu noch Fragen stellen? Kann ich dazu noch? Kann ich dazu noch? Kann ich dazu noch? Kann ich dazu noch sagen? Kann ich dazu noch sagen? Kann ich dazu noch sagen? Ich glaube, sie spielt darauf an, dass die gerne Tänzerinnen sind und sowas und die Männer so ein bisschen verführt haben in ihre Richtung. Hm. Okay, das existiert in ihrem Volk eigentlich gar nicht. Weißen die nicht immer so? Habe ich das von mir verstanden? Okay. Okay. Magst du mir jetzt was über sich erzählen? Okay. Okay. Hm. Mir fällt gerade auf, dass sie ja schon wahrscheinlich steinalt war, während Shepard in den Windeln lag. Irgendwie creepy, der Gedanke, weil Shepard mir in dem Moment hier gerade älter vorkommt. Aber na gut. Alte Feinde, alte Freunde. Hm. Ich habe immer sehr wichtig, obwohl die anderen nicht erinnern. Also, ja, ich hatte Geld, um diese Operation zu starten. Ich hatte auch Krediter, die glaubten, dass sie mehr Entitled zu sein sind. Ich lasse sie einen Geist, oder mehrere. Es ist relativ leicht, um ein Solarium zu überleben, aber nicht ihre Rekord-Keinein. Hm. Okay, ich werde es. Wieso steht sie überhaupt die ganze Zeit auf? Das geht mir auch um Keks. Ich möchte nur mit dir reden. Musste ich nicht immer aufstehen? Musste ich nicht immer aufstehen. Musste ich nicht immer aufstehen und, weiß ich nicht, die Wand da gegenüber anstrahlen. Vielleicht komme ich später. Vielleicht werde ich hier sein. Okay, ähm, wir haben jetzt Koordinaten bekommen. Ist natürlich nicht zu schlecht. Okay. Zwei Abtrünnung-Punkte. Da habe ich das Gefühl, Dinge für sie zu machen, tut uns nicht gut. Warum ist die Tür hier offen? Hm. Doch nicht eben von eben oder so? Nee, die gehen doch eigentlich wieder. Interessanter Grafik-Bug. Hm. Oh Gott. Und der besperrt sich immer noch. So. Ich meine... Nee. Kennst du Bergungsgut? Omega-Markt, Afterlife, VIP-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren, ehrlich gesagt. Hier waren wir schon. Hier überall auf jeden Fall. Hier auch. Dann... Würde ich tatsächlich sagen, würde ich mir das hier mal angucken, bevor wir die eine Quest machen. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Aber bevor wir das übersehen oder ich das später vergesse... Ich kenne nicht, das kann passieren. Ich weiß nicht, das kann passieren. Aber bevor wir das übersehen oder ich das später vergesse... Ich kenne nicht, das kann passieren. 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 Ich kenne nicht, das kann passieren.